Reigning Cats and Dogs, das Commander Deck, heute im Video. So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Ich habe einen Secret-Layer Commander Deck gestellt bekommen. Vielen Dank dafür. Und wir machen Reigning Cats and Dogs, das Secret-Layer Commander Deck, aus. Made in USA. Ich bin ja aktuell nicht so Fan von Made in Japan. Irgendwie ist das ganz, ganz komisch. Die fangen an richtig hart zu stinken, die Karten. Deswegen gucken, ob die USA besser sind. Das auf, ich vermute nicht. Und wir gucken mal an. Wir haben hier oben ein Thank you for being part of the Secret-Layer. Gern geschehen. Und dann haben wir einmal Backpapier. Das Ganze ist hier wirklich nochmal in Backpapier eingepackt. Auch irgendwie weird. Das Erste war es, glaube ich, nicht. Dementsprechend mal gucken. Und oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das großartig. Oh mein Gott. Ja, Reigning Cats and Dogs hier. Schön mit den Tropfen. Dann hier auf der Seite sind das wohl Hunde. Und das sind Katzen. Das ist auf jeden Fall ein Hund. Aber auf jeden Fall könnte auch ein Hund sein. Das könnte eine Katze sein. Das ist eine Katze. Eindeutig eine Katze. Megageile Deckbox. Wenn es einen Weg gäbe, diese Deckbox irgendwie nutzbar zu machen, wäre das voll großartig. Oh mein Gott. Es wird großartig. Ich sag's euch, es wird großartig. Katzen sind die besten Tiere der Welt. Hunde sind auch ganz okay. Bitte keinen streitenden Kommentaren anfangen darüber. Dankeschön. Gucken wir mal rein. Wir haben einmal hier so einen wirklich, wirklich geilen Live-Counter. Also ich find die wirklich schön, die sie hier gemacht haben. Und die mit der Katze ist wirklich hübsch. So, dann haben wir noch ein Poster. Vorsichtig aufmachen. Hier ist einmal eine Cat. Eine große Kerze. Die ist ja auch auf dem Live-Counter hier drauf. Mal gucken, ob das ein Artwork ist, das wir hier gleich sehen. Auf jeden Fall haben wir hier noch Rin and Seri. Ja, Rin and Seri. So ist es richtig. Die beiden. Der schwarze Hund, die weiße Katze. Als Poster. Immer wieder ganz nett. Vor allem für sowas. Also bei den Commander-Decks, die sie bisher rausgebracht haben, find ich's halt immer cool. Das ist weird. Seht ihr das? Das sind wahrscheinlich Basic-Lens. Würde ich von ausgehen. Seht ihr den Farbunterschied? Wow. Man sieht das richtig. Ja, spannend. Spannend. Guck mal rein. Ich bin bei diesen Commander-Decks. Bei diesen Special Commander-Decks geben sie sich so viel Mühe. Und gleichzeitig muss ich sagen, hier treffen sie jetzt so ein bisschen den Geschmack. So Hunde und Katzen, großartig. Aber ja, bei den anderen ist es immer ein bisschen schwieriger, was sie machen. Wie immer bei so großen Commander-Decks, bei den Zirkulärs, wir gehen so ein bisschen durch die Special-Artworks durch. Ähm, und danach gucken wir uns das Ganze ein bisschen so in der Perspektive an. Wie ist das Deck? Ist das ganz cool? Ist das ganz, ganz uncool? Oder so. Aber ich geh jetzt nicht auf jede einzelne Rare an. Ich werd jetzt nicht jede einzelne Rare vorlesen. Es sind fast alles, nee, es sind alles Reprints. Nicht wie bei dem Engel-Deck, wo eine neue Karte drin war, was auch irgendwie weird war. Aber ja, dementsprechend gucken wir uns die Artworks viel an und ich erklär so ein bisschen, was sie machen. Das ist einer der beiden, nee, einer von drei Hauptkommander, Ren und Sari. Hier wunderschön mit dieser, oh mein Gott, ist das süß. Genau, Katzen und Hunde. Und hier nochmal das andere Artwork, Katzen und Hunde. Dann haben wir Jadmir, den Cat-Demon. Und hier nochmal Jadmir, Cat-Demon. Mit Hunden, weil, äh, also er hat nichts mit Hunden zu tun. Wahrscheinlich sind hier einfach nur Hunde drauf, weil, keine Ahnung. Und dann haben wir, oh Gott, Jeannie Faye, Jadmirs Second. Die macht Katzen und Hunden. Und Hunde, so ist richtig. Hunde und hier die Katzen. Wirklich cool. Wirklich, wirklich cool. Die ganzen gibt es dann nochmal hier als Foil. Bap, bap, bap. Nochmal als Foil. Als richtige Karten. Das heißt, ihr könnt euch diese wunderschönen Dinger hier irgendwie einrahmen, an die Wand hängen oder sonst was. Und mit denen hier könnt ihr dann effektiv spielen. Könnt euch den Kommando eurer Wahl aussuchen. Entweder halt Tokens machen, Tokens besser machen oder mehr zuhauen. Könnt euch aussuchen. Ich würd immer zu dem hier tendieren. Real and Serious dafür einfach besser. So, dann haben wir eine, oh, Enneuded Possession. Die war teuer. Die war mal teuer. Ich weiß nicht, ob sie immer noch teuer ist. Das kann man in der heutigen Zeit zu Magic-Produkten leider nicht mehr sagen. Aber ich meine, die war mal teuer mit den zwei Hunden. Sehr cool. Und, oh mein Gott, die ist auch Double-Sided. Oh mein Gott, ist das hübsch. Da ist einfach eine spielende Katze. Zwei spielende Katzen drauf. Oh, big stretch. Oh mein Gott. Und hier steht, double the slop, double the love. Geil. Einfach geil. Dann haben wir den Solring. Den hatte ich schon mal gesehen. Einmal hier wunderschöne Katze. What a pretty bubble. Und einmal der Hund. Ich muss sagen, der Hund gefällt mir hier leider ein bisschen besser. Weil die Katze ist so eine, ja, weiß nicht. Die Katzenart ist ein bisschen nicht meins. Aber der Hund ist auch sehr, sehr hübsch. Drop it, drop it. Oh mein Gott. Da ist eine Menge Liebe reingeflossen. Gucken wir an, was das Deck sonst noch hat. Ein Orms-Collector. Der ist ganz cool. Dusk and Dawn habe ich mal im Pioneer gespielt. Felida Retreat. Die war auch mal ein paar Euro wert, als sie rauskam. Das ist eine ganz gute Karte. Uh, Heikliff Felida. Der ist, ja, wollte ich gerade sagen, der ist aus so einem Game Night. Game Nights exklusive Promo. Könnte was wert sein, weiß ich jetzt nicht. Jazal. Lion Sash. Auch sehr cool. Stimmt, das ist eine Katze. Das ist eine Katze. Okay. Loyal Warhound. Sind das bisher immer Katzen? Catbeast, jawohl. Loyal Warhound ist ein Hund. Packleader. Der gibt Hunden. Dann haben wir Regal. Karal. Karal. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Die ist ganz cool. Die wird richtig hart unterschätzt. Die kostet echt nicht die Welt. Ist echt billig. Aber die wird richtig hart unterschätzt, weil die so, so stark ist. Dann haben wir... Du bist relativ neu aus... Ich denke, eine Kat Knight mit Melee und Lieutenant. Goal. Kat Archer. Oh. Oh, welcome. Das ist cool. Cursed Mirror ist eine sehr coole Karte. Aber warum ist sie hier drin? Keine Ahnung. Oh, Battle Armor ist ein Equipment Dog. Dann haben wir die Savorain. Der links, der Schutz vor Ratten hat. Das ist so eine coole Karte. Wirklich. Das ist so eine coole Karte. Corsali-Splinger. Ram Walker. Ja. Ich verstehe, warum er hier drin ist, weil es Cats and Dogs sind. Aber Changelinge cheaten. Changelinge cheaten einfach nur. Turn of the Wildspeaker. Dann haben wir noch eine Diva. Die ist auch eine Cat Bartgrid. Cat Warrior. Sind die alle aus dem... Ne, der ist C19. Die anderen sind aus dem New Capanna. New Capanna waren anscheinend eine Menge Katzen drin. Showdown. Uh, Basilisken-Kulier. Sehr coole Karte. Nexus. Und Wink-Spanner. Jetzt wird's spannend. Denn jetzt haben wir Mana-Basis. Talking about Mana-Basis. Dann haben wir hier... Können Cat Dogs, Goat Ox, Snakes und Birds. Können die in Plus 1-1-Mager kriegen. Wisst ihr, das heißt, die kommen enttappt das Spiel. Cliff Tops, nicht schlecht. Fortified und also die Game Trials. Jetmere Garden. Da ist ein Triumph drin. Es ist... Das Ding ist ja nicht günstig, das ganze Deck. Und ich glaube, insgesamt, wenn man das nicht kaufen würde, zahlt man eben, ich glaube, 30 oder 40 Euro mehr. Hat aber nicht die coolen Artworks. Aber ich muss sagen... Und vor allem hinten die Länder nicht. Da kommen wir gleich zu. Aber ich muss sagen, die Land-Basis, dafür, dass das so ein teures Deck ist, ist okayisch. Also wir haben Jetmere's Garden, wir haben die Groves und den. Die sind okay. Also ich meckere ja oft über Land-Basis. Hiddy finde ich sogar okay. Primas. Eine der coolsten Dev-in-Texas-Karten aller Zeiten. Ich vermisse ihn wirklich. Cast Out. Warum ist hier nochmal so ein Random-Brimas hinten drin? So eine Random-Mythic. Und dann kommt... Hier sind auch noch Random. Eternity ist auch noch eine Rare. Das sind einfach die weißen Karten. Seth's Tiger. So eine gute Karte. Der Companion. Der ist cool. White Sun's in it. Der Temur. Mora. Das ist ein Changeling. Finde ich irgendwie sehr faul. Aber okay. Wahrscheinlich gibt's nicht so viele rote Hunde und Katzen. Warp World. Die hab ich mal im Standard gespielt. Beziehungsweise in der Zeit, wo sie im Standard legal war. Die Leute mochten es nicht. Wir haben damals schon mit 60-Karten Multiplayer gespielt. Die Leute mochten es nicht. Ich fand's großartig. Dann Beastmasters Ascension. Eine der besten Verzauberungen für solche kreaturenlastigen Necks. Cultivate Fastick für Mana. Du bist doch kein Hund. Das ist doch ein Waschbär. Ihr könnt mir doch erzählen, weil die wollt. Das ist doch ein Waschbär. Das ist kein Hund. Keep of the Fables. Katze. Lurking Predator. Auch keine schlechte Karte. Wenn man die mal rauskriegt. Wirklich keine schlechte Karte. Noch ein Changeling. Faule Leute. Mehr Katzen. Nature's Lore. Und einen schönen Artwork. Dominaria Remastered. Krass. Temo Sabertooth. Der war teilweise sogar mal Geld wert. Free Wizards war auch mal Geld wert. Krass. Der Panther. Auf der Seite. Arcan Signet. Leider kein eigenes Arcan Signet. Bloodline. Der ist nicht schlecht. Haralds Horn macht Sinn. Moment. Wir haben jetzt übrigens Fun Fact. Von Haralds Horn gibt es zwei verschiedene Versionen, die beides dieselbe Karte sind. Weil es die einmal in der Liste gibt. Und einmal in einem Mythic Booster. Äh, Mystery Booster. Und hier ist es jetzt so, als gibt es das dritte Mal. Aus dem selben Set. Mit hier unten im Ding. herauszufinden, was was ist. Viel Spaß. Dann Monument Skullclamp. Habe ich ewig nicht mehr im Commandodex gesehen. Wann habe ich denn das letzte Mal eine Skullclamp in einem Commander gesehen im Precon? Oh, das ist lange her. Das ist lange, lange her. Command Tower. Exotic O-Shards. Jungle Shrine. Frozen Verge ist bekannt. Path of Anstree macht Sinn. Rootbound macht Sinn. Und das macht auch Sinn. Dann kommen wir zu dem Highlight. Und ja, es sind tatsächlich diese Länder. Es sind wirklich diese Länder, die halt an der Seite so weiß sind. Wir haben eine Planes voll mit Dogs. Und Cats. Nicht Double-Sided. Die sind wunderschön. Oh mein Gott. Und dafür lohnt sich dieses Deck meiner Meinung nach. Oh Junge, dann haben wir die Mountains. Da sind mehr Dogs drauf, oder? Da hinten ist eine... Ich glaube, da ist keine Cat. Doch, da ist eine Cat drauf. Die spielt mitten im Knäuelbein. Wie süß. Wunderschöne Mountains. Und die Forests voller Cats. Und da ist kein Dog drauf, oder? Ich weiß nicht, ob das ein Eichhörtin ist oder ein Hund. Ja, diese Länder, die sind wirklich schön. Das sind die Karten, die wir sehen wollen. Nose, seht ihr das? Einer der Mountain hat einen Schlag. Wizards, good product, good quality, thank you. Ja. Aber das sind die Sachen, die man holt. Also ich glaube, der kostet, glaube ich, 160 Euro oder sowas. Und Forest, Mountain, Plains, da sind eine Menge von drin. Also ein 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 Basic Lens. Normalerweise würde ich sagen, 21 Basic Lens. Nix wert. Jetzt muss man in Siglea-Editionen denken. Da sind 5 Basic Lens in foil 45 Euro wert. Das heißt, in Siglea-Sprache ist das hier schon euer Siglea-Deck. Den Rest kriegt ihr geschenkt. Also sagt, was ihr wollt, das wird krass. Dann haben wir noch ein Dog, beziehungsweise eine Cat. Die sind auch wunderschön. Wie hat die denn gemalt? Alison Carl sagt mir leider gar nichts. Aber das ist wirklich schön. Das sind zwei richtig coole Tokens. Das passen natürlich zu Ren and Sari. Dann Catbeast, Catbeast, Red, Shapeshifter, Cat mit Eile. Ein Dog und eine Red. Cat, 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 Cat. Und dann haben wir... Ui. Ui. Oh mein Gott, ist die hübsch. Nine Lives ist die Hidden Dreck-Karte. Äh, wo hab ich's hingelegt? Da. Tatsächlich. Gibt's das als Artwork-Karte. Oh mein Gott, ist das geil. Hex-Proof. Man macht Counter da drauf. Und wenn neun oder mehr Counter drauf sind, wird es exealed. Und wenn es das Spiel verletzt, hat es Spiel verloren. So hübsch. Oh mein Gott. Und ich hab schon gesehen, wir haben eine zweite Hidden Dreck-Karte. Das war jetzt bisher noch nicht so. Und... Oh, fuck. Entschuldigung. Oh mein Gott, ist die hübsch. Yoshimaru, ever faithful. Einmal eine 1-1. Immer wenn ne andere legendäre Trialschule bekommt, die Plus 1-1 mag auf dem mit Partner. Das heißt, man kann den mit nem anderen Commander, der auch Partner hat, als Commander nehmen. Oh mein Gott, sind die beiden hübsch. Fiona Hissey. Fiona Hissey. Wer hat Hedi gemalt? Nana Wee. Jacob, Andrea, Nicole, Jack. Okay. Aber hier die beiden. Ganz vorsichtig mit umgehen. Oh mein Gott, sind die hübsch. Also für die beiden und den Stapel und die Basic Land lohnt sich der Rest schon. Der Rest kriegt ihr geschenkt. Also es ist... Ich bin normalerweise kein Verfechter von so teuren Decks. Aber ich find, das Deck kannst du so nehmen und mitspielen. Du wirst damit vielleicht nicht jeden CDH-Tisch rocken. Keine Frage. Also es ist nicht dafür gedacht. Aber es ist wirklich, wirklich wunderschön. Und es hat gute Karten drin. Und es hat einen okayen Preis. Und die Artworks rocken die Hölle. Das ist krass. Das ist so krass. Ja, soviel zu dem Deck. Das ist übel. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Mich abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wäre super, wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt. Ich habe Patreon. Wie die Namen, die ihr jetzt hier seht. Unterstützung ab 3 Euro ist möglich. Wäre cool. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Nochmal vielen Dank, dass ich es aufmachen durfte. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blacksit. Ciao, ciao. Choros. Ciao, ciao.